Die Verordnung Nummer 1272-2008 ist eine EU-Chemikalien-Verordnung, die am 20. Januar 2009 in Kraft trat. CLP steht für Classification, Labeling and Packaging, also für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Die CLP-Verordnung setzt das global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der UNO auf 1355 Seiten um und ersetzt die Richtlinie 67 548 EWG sowie die Richtlinie 1999 45 EG. Durch das Inkrafttreten wurde die Verordnung Nummer 1907-2006 mitgeändert. Als EU-Verordnung besitzt die CLP-Verordnung gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit. In der Schweiz wurde die CLP-Verordnung in der Chemikalienverordnung umgesetzt. Seit dem 1. Dezember 2010 konnten Stoffe nach dem GHS-Standard eingestuft und gekennzeichnet werden. Seit dem 1. Dezember 2012 ist dies obligatorisch. Gemische, bislang Zubereitungen genannt, durften ebenfalls seit dem 1. Dezember 2010 nach dem neuen System eingestuft und gekennzeichnet werden, müssen dies aber erst seit dem 1. Juni 2015. Gemische, die noch nach Zubereitungsrichtlinie gekennzeichnet sind, dürfen bis 1. Juni 2017 abverkauft werden. Anpassungen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt Periodisch werden sogenannte Anpassungen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt vorgenommen. ISKÖSCHT Vielen Dank.